Musik Lustigerweise ist heute mein erstes Mal. Hat ein bisschen gebraucht, bis ich es gefunden habe, aber jetzt habe ich ihn gefunden. Ich wollte heute zum Johnny M in die Stadt Mitte fahren. Deshalb dachte ich, weil er ja irgendwie am kleinen Schlossplatz hält, dass es ganz cool ist, da direkt hinzufahren, weil ich sonst die U14 nehme und dann erst zum Börsenplatz oder zum Hauptbahnhof müsste und von dort aus dann laufen müsste. Und jetzt will ich es mal ausprobieren, wie es ist. Jetzt will ich zum Hauptbahnhof. Kann ich mir nicht sagen. Ist zu früh, muss man öfter sein. Ich brauche halt arg lang, finde ich. Es war eine tolle Fahrt. Wir sind gut durchgekommen, ohne großartiges Staus. Sehr angenehm. Ja, ich fahre meistens zum Wilhelmsbauhof. Und da ist er ja schneller oben als ich mit der Stadtbahn. Es ist, glaube ich, günstiger als die normale Strecke. Ich glaube, das kostet nur 1,30 oder so. Ja, auf jeden Fall. Ich habe es mir jetzt gerade auch schon überlegt, ob ich mit dem fahren soll. Aber ich treffe ihn mit einer Freundin, die ist in der Bahn. Deswegen jetzt doch nicht. Aber ich würde es auf jeden Fall nutzen. Ja. 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 Ja.